Wir haben eine Karawane des Jihad angeschlossen, um, wie gesagt, Allahs Wort das Höchste zu machen. Und wir werden nicht aufhören, bis wir das erreicht haben. Und wenn ihr uns tötet, so werden nach uns Leute kommen, die weitermachen. Deutsch, gutbürgerlich, besessen. Philipp B. aus Dienslaken. Er ging als Gotteskrieger nach Syrien. Wie hunderte junge deutsche Männer vor ihm. Sie morden und zerstören heilige Städten. Ihre Verbrechen könnten den gesamten Mittleren Osten noch tiefer ins Chaos stürzen. Wir recherchieren in Washington. In der Islamischen Republik Iran. In London besuchen wir einen der weltweit renommiertesten Terrorismusforscher. In Deutschland gehen wir den Spuren radikaler Gotteskrieger nach. Exklusiv erhalten wir aktuelles Filmmaterial einer umkämpften Moschee bei Damaskus. München. Wir haben uns mit einem deutsch-syrischen Muslim verabredet. Wir kennen ihn seit mehr als einem Jahr. Es gab Treffen in Deutschland, aber auch in Syrien. Er kämpft gegen Assad. Mit den Islamisten will er nichts zu tun haben. Er gibt uns ein Interview. Verdeckt. Unser Gesprächspartner macht sich große Sorgen, denn die Macht der Islamisten wird in Syrien immer größer. Das Ziel der Islamisten vor Ort in Syrien ist, einen Khalifa-Staat aufzurufen. Es sieht genauso wie in Afghanistan aus. Mit Zelten, auch mit den Kleidern, was die anhaben, Bekleidung, was die Dschihadisten anhaben. Es sieht genauso eins zu eins wie Afghanistan aus. Und bestimmte Dörfer oder Städte, Stadtteile von Alipus sieht genauso aus. Wie die miteinander reden, wenn einer kommt, schlacht die ihn ab oder mit Rasierklingeln und so weiter. Also für mich ist das gezielt Töten, Töten. Die haben Spaß am Töten. Wir erhalten dieses Video. Es zeigt Plündergut mit religiösen Motiven. Herkunft unbekannt. Unser Ansprechpartner hat es in Syrien bei Islamisten sichergestellt. Auf die Gefühle Andersgläubiger nehmen diese Extremisten keine Rücksicht. Es gibt ja ein Sprichwort, wenn es in Syrien zu einem Krieg kommt, wird das Blut bis zum Knie kommen. Und das wird so wirklich kommen, weil man wirklich nichts tut. Der Krieg in Syrien begann 2011 als Aufstand gegen eine mörderische Diktatur. Jetzt wollen extremistische Islamisten, auch radikale Salafisten genannt, den Kampf gegen Assad, in einem blutigen Religionskrieg eskalieren lassen. Christen und ihre Kirchen werden zum Angriffsziel. Noch größer ist ihr Hass auf Muslime der schiitischen Glaubensrichtung. Dieses Internetvideo zeigt die Zerstörung einer schiitischen Moschee in Syrien. Ein Todfeind dieser radikalen Salafisten ist der Iran. Ein eiskalter Januar morgen in der Smog-verseuchten Mega-Metropole Teheran, der Hauptstadt des Iran. Das Land mit der größten schiitischen Bevölkerung in der Welt. Wir recherchieren, welche Rolle spielt der Iran in diesem Konflikt zwischen Schiiten und radikalen Salafisten. Vor mehr als tausend Jahren kam es zur Spaltung der Muslime in die beiden Konfessionsgruppen. Auslöser war der Streit um die Nachfolge des Propheten der Muslime, Mohammed. Erstaunlich viele Türen werden sich für uns in den nächsten Tagen öffnen. Hochrangige Gelehrte und Politiker werden sich unseren Fragen stellen, warum unterstützt der Iran die Assad-Diktatur, wie beurteilen sie den Krieg mit den radikalen Salafisten. Am Abend treffen wir einen der einflussreichsten iranischen Außenpolitiker, den langjährigen Botschafter in Syrien unter Assad, Hussein Sheikh al-Islam. Eine Sache, die wir für Syrien gemacht haben, war, dass wir das Modell unserer freiwilligen Miliz übertragen haben. Früher kamen die Milizen dieser Terroristen in Gebiete und haben sie nach und nach besetzt. Sobald sie genügend Milizen in dem Gebiet hatten, haben sie dort die Herrschaft übernommen. Und die Syrer wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten. Die Extremisten wurden also vom Militär vertrieben und die Extremisten suchten sich neue Gebiete, die sie besetzen konnten. Das Militär taucht aber mit Panzern und schweren Waffen auf. Das hatte die normale Bevölkerung nicht. Sobald das Militär weg war, kamen die Terroristen zurück und besetzten das Gebiet erneut. Als wir die freiwilligen Milizen dort aufgebaut haben, als wir den Menschen dort beigebracht haben, ihr Gebiet zu verteidigen, konnten sie die Sicherheit so gewährleisten. Ein Blick auf die Karte offenbart die große geostrategische Bedeutung Syriens für die Islamische Republik. Denn die Mehrheit der Muslime in der Region sind Sunniten. In vielen Ländern des Mittleren Ostens leben jedoch unterschiedlich große schiitische Minderheiten. Im Irak und Iran sind sie in der Minderheit. Doch nur im Iran sind die Schiiten die einzig bestimmende Macht im Staat. Fällt das syrische Assad-Regime, verliert der Iran den direkten Zugang zu Hisbollah im Libanon. Hängt die Unterstützung Irans für Assad mit den schiitischen Brüdern bei der Hisbollah zusammen? Ja, denn... Hafez Assad hat uns sehr leicht einen ständigen Zugang zur Hisbollah ermöglicht. So konnten wir die Hisbollah ausbilden und sie professionalisieren. Und wir konnten sie so sehr leicht beliefern. Assad hat uns immer vertraut. Die schiitische Hisbollah kämpft jetzt im Syrienkrieg an der Seite von Hafez Assad's Sohn und hilft ihm an der Macht zu bleiben. Für die EU ist die Hisbollah-Miliz eine terroristische Vereinigung. Uns wird nach diesem Termin klar, wie eng Politik und Religion im Iran miteinander verstrickt sind. Es ist Freitag, der islamische Ruhetag. Wir besuchen die Musala-Imam Khomeini-Moschee, das größte schiitische Gotteshaus der Welt. Ein Hochsicherheitstrakt. Hier versammeln sich die treuen Anhänger der Islamischen Republik zum Freitagsgebet. Sie, die Salafisten, wollen die Muslime gegeneinander ausspielen. Sie wollen, dass die Muslime sich gegenseitig töten. Es gibt einige Abtrünnige, die wir nicht als Muslime ansehen. Sie selbst denken jedoch, dass sie Muslime sind. Der reine Islam existiert nur im Iran. Wir geben unser Leben, unser Blut für den reinen Islam. Die haben sich geirrt, wenn sie denken, sie könnten unseren Islam zerstören. Den reinen Islam, der im Iran existiert. Hier im Iran. Der reine Islam wird überleben. Dann skandieren sie die seit Jahrzehnten bekannten alten Schlachtrufe. Tod Amerika, Tod Israel. In der Moschee hören wir erstmals auch völlig andere Rufe. Tod den Abweichlern, Tod den Abweichlern. Gemeint sind die radikalen Salafisten für uns ein erster Beleg für die zunehmenden innerislamischen Spannungen. Mit unserer Kamera dokumentieren wir, wie beim Freitagsgebet tausende schiitische Gläubige, der Ermordung ihres Imam Hassan vor fast 1200 Jahren durch die Sunniten gedenken. Die Schiiten glauben fest daran, dass sein Sohn als der zwölfte verborgene Imam Mahdi lebt und eines Tages zurückkehrt. Imam Mahdi ist das eigentliche Staatsoberhaupt der Islamischen Republik Iran. O Hassan, O Hassan. Trauergesänge für den Vater des verborgenen Imams. Getötet von Sunniten. Der Freitagsprediger ist ein höchst einflussreicher Geistlicher. Und was er sagt, hat in der Islamischen Republik Gewicht. In seiner Predigt verknüpft er die Märtyrergeschichte mit der aktuellen Lage der Schiiten, auch in Syrien. Wie lange sollen wir noch hören, dass unsere schiitischen Töchter als Sklavenen genommen wurden? Wie lange sollen wir noch hören, dass sie in unverschämter Weise die Schiiten zwingen, in ihrem Land eine Ungläubigensteuer zu zahlen? Wie lange sollen wir noch hören, dass die Schiiten keine Muslime sind? Wie lange sollen wir noch hören, dass sie schiitisches Blut fließen lassen wollen und es für gut befinden? Nationale und internationale iranische Nachrichtensender verbreiten Bilder von zerstörten Heiligtümern. Angst und Verunsicherung bei den Schiiten nehmen weltweit zu. Auch bei uns. Zur gleichen Zeit in Berlin. Wie lebt die größte schiitische Gemeinde Deutschlands? Gibt es auch bei uns Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten? Wir erfahren, in Berlin, Bonn und Essen kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen sunnitischen und schiitischen Großfamilien. In Berliner Stadtteil Neukölln kam es an dieser Kreuzung sogar zu einer Schießerei. Unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit hetzen seit Jahren bekannte Salafisten gegen Schiiten. Im Internet finden wir Dutzende deutschsprachiger Videos. Tendenz stark zunehmend. Den Schiiten wird vorgeworfen, keine richtigen Muslime zu sein, die Gefährten des Propheten zu beleidigen. Ein richtiger Kaffir. Und seine Stelle ist in Gehen. Sie seien Kuffar, auf Deutsch Ungläubige. Dies ist der wohl schwerwiegendste Vorwurf, den man einem Muslim machen kann. Wir fahren zu einer deutschen Schiitin. Nach langen Gesprächen ist sie die erste, die darüber mit uns spricht, unerkannt. Viele Schiiten würden sich nicht trauen zu outen, weil sie Angst davor haben. Vor wem? Ich denke vor den Nachbarn, von Freunden. Ich muss ehrlich sagen, viele wissen nicht, dass ich Schiitin bin, weil das würde sich auch auf meine Arbeit auswirken. Was mir, ehrlich gesagt, auch Angst macht, ist die, die von hier aus Deutschland rübergegangen sind und mit Kämpfen, die dann zurückkommen. Davor, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Angst. Dieses Haus in Berlin war einst eine neuapostolische Kirche. Jetzt versammelt sich hier die schiitische Gemeinde zum Freitagsgebet. Die Stimmung ist gedruckt. Viele haben Freunde und Angehörige in Syrien und im Libanon. Der Imam spricht Türkisch. Die Mehrheit der Schiiten in Deutschland stammt aus der Krisenregion. Ihre Ängste und Sorgen werden in Deutschland bislang nicht wahrgenommen. Für viele ist es hier belastend, darüber zu sprechen, selbst für den Imam. Dieser Krieg richtet sich nicht nur gegen uns, er betrifft alle Muslime. Für Salafisten sind alle, die nicht so glauben wie sie, Kuffer, Ungläubige. In zahlreichen salafistischen Hetzschriften, zum Beispiel aus Saudi-Arabien, rufen sie dazu auf, Schiiten, aber auch Christen und Juden zu töten. Wird der Konflikt demnächst auch den Westen erreichen? London. Wir bitten einen der weltweit renommiertesten Terrorismusforscher um seine Einschätzung. Einen deutschen Professor, der in Großbritannien forscht. Für Peter Neumann ist der syrische Bürgerkrieg mittlerweile nur ein Schlachtfeld einer weitaus größeren Auseinandersetzung. Ich befürchte natürlich, dass es in der nahen Zukunft, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, vermehrt Auseinandersetzungen geben wird. Zwischen Salafisten auf der einen Seite und schiitischen Gruppen auf der anderen Seite, dass es zu Konfrontationen in der deutschen Gesellschaft kommen wird. Nicht mehr nur zwischen dem deutschen Staat und Muslimen, das hatten wir ja schon und das ist das bekannte Muster, sondern zwischen Muslimen. Und das ist etwas, was im Prinzip noch komplizierter ist, weil wir es nicht so richtig verstehen und weil wir natürlich Gefahr laufen, dass wir diese Entwicklung etwas verschlafen. Dienstlaken, eine Stadt wie viele andere in Nordrhein-Westfalen. Sitz einer gefährlichen salafistischen Zelle. Der Islamkonvertit Philipp B. ist hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Aktuelle Fotos zeigen ihn mit Waffen und Kampfgefährten. Und er geht in die Offensive. In einer erschreckenden Videobotschaft richtet er sich an seine Glaubensbrüder. Im Vorspann ist die schwarze Flagge des Al-Qaida-Ablegers für den Irak und Syrien zu erkennen. Wenn ihr Muslime seid, so wacht auf und schließt euch der Karawan an. Denn Allah braucht euch nicht. Auch, oh, die Muslime, ich spreche nicht nur die Kuffar an, nicht nur die Unjördien. Auch die Muslime, bist du zufrieden, du lebst in Deutschland, gehst zur Disco, hast eine Freundin. Was bringt dir das? Heirate. Allah hat dir erlaubt zu heiraten, du brauchst dich Unzucht machen. Heirate eine Frau, du darfst nur bis zu vier Frauen heiraten. Wie wird Philipp B.s Botschaft in Dienstlaken aufgenommen? Er wohnte in diesem Haus im Zentrum von Dienstlaken. Niemanden ist er aufgefallen. Bei unseren Dreharbeiten bemerken wir plötzlich zwei junge Männer. Wir sprechen sie auf Philipp B. an. Unfassbar, was sie uns anonym in die Kamera sagen. Die Jugendlichen finden das sehr gut, was der macht. Also sie sind stolz auf den, auch wenn er ein Deutscher ist. Lässe aber jetzt im Islam gewechselt. Die sind sehr stolz auf den, finden das auch sehr gut, was der macht. Und Sie? Ich finde das auch gut, weil der tut ja was für seine Religion. Würden Sie das auch machen? Ja, also wenn es hart auf hart kommen würde, würde ich jetzt auf jeden Fall da hingehen. Wenn es notwendig wäre, würde ich auf jeden Fall da hingehen. Würden Sie alles aufgeben? Ja, auf jeden Fall. Wenn es um unsere Religion geht, würde ich auf jeden Fall da hingehen. Was sagen Ihre Eltern dazu? Das ist ja meine Entscheidung, oder? Also ich kann über mein Leben selbst entscheiden und da meine Eltern jetzt nichts sagen können, also würde ich da auf jeden Fall hingehen. Philipp B. gehört zu einer ganzen Gruppe junger, radikaler Salafisten, die nach Syrien gezogen sind. Dort hatte er Kontakt zu anderen deutschen Salafisten, wie dem Ex-Jugend-Nationalspieler Burak K. Er starb in Syrien. Philipp B. und seine Kameraden geben sich im Internet offen zu erkennen. In seinem Umfeld finden wir zahlreiche Fotos, auch dieses. Es zeigt ein Stehklo. Der widerliche Untertitel lautet, so feiern Schiiten Geburtstag. Wenn man Salafist ist, hat man schon immer eine negative Einstellung gehabt gegenüber den Schiiten. Aber es war kein dominantes Thema. Jetzt ist es im Prinzip, würde ich sagen, fast das einzige Thema, über das extremistische salafistische Prediger sprechen. Es ist ganz wichtig geworden und es ist in der ganzen Propaganda, die man im Internet sieht, Videos, YouTube und so weiter, ist es das dominante Thema. Er ist einer der wichtigsten Hassprediger in der deutschsprachigen Salafisten-Szene, der Österreicher Mohammed Mahmoud. Verurteilt in Österreich wegen Bildung und Förderung einer terroristischen Vereinigung zu vier Jahren Haft. Allahu akbar, immer wenn die Mujahideen angreifen und die Murtadden und die Kuffare abschlachten. Allahu akbar, immer wenn das Land des Tahoots angegriffen wird. Allahu akbar, immer wenn die Muslime aufstehen für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, immer wenn Allah als Sajal seinen Diener beschützt und ihm die Hijra aus dem Land der Kuffare in das Land der Mujahideen ermöglicht. Allahu akbar, bei jeder Kuppel, die von dem Gebärd des Mujahides rausgeht und in den Kopf des Kaffels geht. Jetzt sitzt Mahmoud in Haft. Er wurde in der Türkei mit gefälschten Papieren aufgegriffen, als er laut unseren Recherchen nach Syrien ausreisen wollte. Exklusive Bilder aus seiner Zelle. Österreich verlangte seine Auslieferung. Das Verfahren ist aktuell in der Schwebe. Trotzdem kann er aus der Haft Botschaften versenden oder Besucher empfangen. Nächte lang kommuniziert er mit seinen Gesinnungsgenossen aus aller Welt übers Internet. Für mich ist Europa. Ich habe die Augen einfach abgeschlossen. Ich bin nach Syrien gekommen und dort die Schahada zugekommen. Mahmoud will also als Märtyrer sterben und macht gleichzeitig Propaganda. Mit großem Pathos verbrennt er seinen österreichischen Pass. In unserer ganzen Beschäftigung in den letzten, sag ich mal, 10, 15 Jahren mit radikalem Salafismus und Extremisten ist das immer die größte Gefahr gewesen. Wir schauen uns diese Leute an, wir sehen die Videos und wir denken, was für Clowns, das ist nicht ernst zu nehmen. Wer kann denn bitteschön jemandem wie diesem Mann glauben? Aber, und zum Teil ist das auch so. Und zum Teil kann man tatsächlich auch nur lachen, wenn man diese Leute hört. Aber einige dieser Leute sind tatsächlich wirklich sehr gefährlich. Und einige dieser Leute haben tatsächlich Anhänger, die bereit sind, für diese Leute oder für die Sache, die diese Leute vortragen, zu sterben. Wer Mohammed Mahmoud kritisiert, muss viel Mut haben. München vor wenigen Wochen. Streng vertraulich. Bei unserem Treffen erfahren wir Neues zu dem Hassprediger Mohammed Mahmoud. Die Leute, die mit ihm in Kontakt stehen, die wissen, dass er in dieser Abschiebung Haft ist. Aber von da bewegt er das Ganze natürlich über so eine Kontakt, Leute, die sich in Syrien befinden oder in Europa auch. Seine Aufgabe ist, die Leute zu rökturieren und dann praktisch nach Syrien zu bringen auch. Das läuft alles übernett. Ja, und durch seine Kontakte, die hier sind. Und das funktioniert so, wie wir sehen, sehr gut, wie er das macht eigentlich selber. Und er ist intelligenter. Also man darf ihn nicht unterschätzen. Er ist sehr intelligent. An keinem anderen Ort in Syrien ist im Augenblick die enorme Sprengkraft des Konflikts zwischen radikalen Salafisten und Schiiten, aber auch moderaten Sunniten so stark zu spüren wie bei der Zeynab-Moschee bei Damaskus. Exklusiv erhalten wir diese aktuell aufgenommenen Bilder. Straßensperren riegeln das Viertel um die Moschee ab. Hier leben zahlreiche schiitische Flüchtlinge. Die Sorge vor Angriffen durch radikale Salafisten ist riesengroß. Diese Bilder entstehen während einer Kampfpause. In der Moschee liegt das Grab der Enkelin des Propheten der Muslime, Zeynab. Für zahlreiche Muslime, vor allem aber für Schiiten, eine Pilgerstätte von höchster Bedeutung. Radikale Salafisten lehnen Pilgerstätten als unislamisch ab. In den letzten Monaten gab es immer wieder Angriffe auf die Moschee, sogar mit Mörsergranaten. Vor dem Zeynab-Grab sind Männer in Uniform zu erkennen, es handelt sich um schiitische Milizionäre aus dem gesamten Mittleren Osten. Freiwillige Kämpfer, um die Moschee vor den radikalen Salafisten zu verteidigen. Die Moschee liegt nahe der Front. In Teheran treffen wir Dr. Riyad al-Ahras, der Syrer lebt seit vier Jahren im Iran. Vor zwei Monaten besuchte er zum letzten Mal die Zeynab-Moschee. Für sehr viele hat das Grab mal eine sehr hohe und wichtige Bedeutung. Es ist ein sehr heiliger Ort für die Schiiten. Sie kommen aus Syrien, dem Libanon, dem Irak, Iran und sogar aus Saudi-Arabien und aus Bahrain. Und aus Kuwait, Pakistan und Afghanistan. Für sehr viele hat es eine große Bedeutung. Und es kann sein, dass wenn diese Moschee zerstört wird, dass dies die Sicherheitslage in der gesamten Region eskalieren lässt. Es ist eine sehr brisante Angelegenheit. Wir waren doch Zeuge, als im Irak Samara angegriffen wurde. Der gesamte Irak ist in einen Bürgerkrieg der einzelnen Glaubensrichtungen geschlittert. Und viele sind Opfer dieser Krise geworden. Hier kann genau dasselbe passieren. Wie würden die Schiiten im Iran auf die Zerstörung der Zeynab-Moschee bei Damaskus reagieren? Einer der wichtigsten Außenpolitiker der Islamischen Republik Iran hat dazu eine klare Meinung. Wir werden in jedem Fall bei einem Angriff auf die Moschee reagieren. Es wird keine Reaktion unserer Regierung geben, sondern eine von den Menschen, für die Zeynab wichtig gewesen ist. Die werden sich wehren. Aber unsere Aktion wird zielgerichtet sein. Wir werden zu diesem Ort kommen und ihn befreien. Wir verlassen Teheran durch eine Steppenlandschaft Richtung Süden. Wir sind neugierig. Seit Jahren haben wir als erstes deutsches Fernsehtheem die Genehmigung erhalten, in der Stadt Rom zu drehen. Rom zählt weltweit zu den bedeutendsten spirituellen, aber auch politischen Zentren der Schiiten. Hier werden Richtlinien für die Politik vorgegeben. Gemeinsam mit Pilgern betreten wir den Innenhof der Massume-Moschee. Die Moschee und die Stadt bilden das religiöse Zentrum der iranischen Republik. Frauen müssen hier einen Ganzkörperschleier tragen. Hier begann auch der Widerstand gegen den 1979 gestürzten Schar Reza Pahlevi. Die Schiiten glauben, nicht weit von hier wird eines Tages der seit mehr als tausend Jahren im verborgenen Lebende Imam Mahdi zurückkehren. In unscheinbaren Seitengassen um die Moschee herum befinden sich einige der bedeutendsten religiösen Hochschulen des Landes. Wir haben einen Termin bei Ayatollah Mahdi Hadhavi Tehrani, einem einflussreichen Gelehrten. Der Ayatollah warnt vor einem Flächenbrand, sollten radikale Salafisten die Macht erringen. Wenn sie an der Macht sind, dann werden sie nicht nur alle schiitischen Schreine angreifen. Sie werden auch viele sunnitische Moscheen angreifen, aber vielleicht auch alle christlichen Kirchen. Weil in deren Verständnis alles zerstört werden muss, weil sie denken, dass diese Orte gegen den Islam sind. Zur gleichen Zeit in Washington. Am Puls der letzten verbliebenen Supermacht. Was wir hier hören, klingt wie ein Echo aus dem fernen Gottesstaat Iran. Wir sehen einen regionalen Konflikt zwischen den Sunniten und Schiiten, zwischen Iran und Saudi-Arabien. Und er wird eher größer, als dass er an Bedeutung verliert. Harte, überprüfbare Zahlen über zerstörte religiöse Städten in Syrien gibt es nicht. Die Toten werden nicht mehr gezählt. Es kann noch schlimmer werden. Immer öfter gibt es Nachrichten über die steigende Anzahl deutscher Muslime, die sich radikalen salafistischen Milizen anschließen. Worauf wir uns konzentrieren müssen, glaube ich, ist, dass wir es verhindern, dass die Konsequenzen dieses Konflikts auf andere Staaten und auch auf unsere Gesellschaft hinüberschwappen. Und dazu gehört, dass man sich mit Kämpfern beschäftigt, die zum Beispiel auch nach Deutschland zurückkommen. Dass man verhindert, dass diese Konfrontation zwischen Schiiten und Sunniten auch sich in Deutschland oder in anderen Staaten abspielt. Und dazu gehört auch, dass man humanitäre Hilfe leistet, zum Beispiel in den Nachbarländern. Genügt das, um einen Religionskrieg zu verhindern? Der Iran wird bei einer Konfliktlösung eine entscheidende Rolle spielen, ob der Westen will oder nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017